Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Heute haben wir eine Anwendung des Karokans, was wir vor kurzem erst in einem praktischen Theorie-Video gehabt haben. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch vielleicht mal an. Ist aber keine Voraussetzung, dass ihr hier was lernen könnt. Wie immer bei diesen Videos, denkt daran, wenn es euch gefällt, liked und abonniert. Am Brett die alte Hauptvariante, also das hier kann man auch in der Stellung E4, C6, D4, D5. Kann auch Springer D2 kommen, muss nicht Springer C3 sein. Und auf das Schlagen schlägt der Springer. Hier war früher Läufer F5 der Hauptzug. Sehr im Trend, Springer F6, habe ich auch in meinem Video so gezeigt. Und diese Stellung hier ist einfach der Hammer. C3 ist der beste Zug. Ich würde sagen, unter 2000 häufigst Zug Springer F3 ist dann direkt Ausgleich nach Läufer D6 und Läufer G4. Wir kriegen den Läufer raus. Aber C3 kann gefährlich werden. Läufer D6, zum Beispiel da mit C2, wäre hier sehr korrekt. Oder Läufer D3 führt in dieselbe Stellung. Und ja, hier muss man sehr, sehr aufpassen, was man tut. Ich rochiere jetzt kurz, damit C2 und gehe auf den Haarbauern. Hier spiele ich H5. Absolute Nebenvariante, aber hat Gift, kann man sagen. Sieht sehr komisch aus. Was machst du denn mit dem Haarbauern? Ja, Schwarz wird wahrscheinlich, Weiß wird wahrscheinlich lang rochieren. Ist hier relativ normal. Wir entwickeln einfach all unsere Figuren auf natürliche Felder. Zum Beispiel hier Turm A8, fesselt den Springer. Der Springer geht meistens nach F8. Okay, hier rochiert Weiß aber kurz. Das sehe ich eigentlich ganz gerne. Also weil ich weiß, dass die lange Rochade kritisch ist. Aber kurze Rochade haben wir jetzt hier den Bauern schon mal auf H4 stehen. Ist es gut oder schlecht? Normalerweise gibt es ja diese Grundregel, zieh keine Bauern vor deinem König. In diesen Eröffnungen, also in dieser hier, dieser Abtauschvariante mit Springer F6, kann der Bauer aber mal sehr gute Hilfe werden. Bei einem Königsangriff, den wir organisieren. Also wir haben ja einen Bauer mehr, 4 gegen 3 und haben damit relativ gute Chancen, auch aktiv zu spielen. Okay, Springer D7. Was könnte Weiß hier machen? Also entweder einfach normal weiterentwickeln, Läufer tauschen. Habe ich jetzt auch nicht so riesig Angst davor. Zum Beispiel Springer F8. Springer G3 sieht interessant aus, greift den Bauern an. Und wenn er vorzieht, Springer F5 greift den Läufer und den Bauern an. Zum Beispiel, ja, wenn wir den Läufer ziehen. Okay, es kommt sowieso Läufer F4. Jetzt die Springer F8. Das ist typische Feld für den Springer. Das ist nicht passiv. Von dort deckt er ganz gut H7. Aber geht auch bald hier auf bessere Felder. Schlägt da, beschlägt. Und denkt daran, also es ist eine Eröffnung. Wir sind schwarz und haben jetzt hier, wohl ausgeglichen, haben zwar eine komische Bauernstruktur. Bauernendspiele sind auch schlecht für uns, weil 3 gegen 4, die hier gleichen sich aus. Und die 4 gegen die 3 bilden und freibauen. Also denkt daran, wir wollen nicht alles abtauschen. Haben aber einfach relativ aktive Figuren. So, in dieser Stellung hier auf H3 spiele ich jetzt H4. Das sind alles noch relativ bekannte Motive. Und ich freue mich einfach, dass wir mal ein Video jetzt machen, wo wir auch diese spannende Variante aus Brett kriegen. Weil für mich hat es relativ lang gedauert, bis ich mit der klar gekommen bin und so verstanden habe, wie man die spielt. Aber wenn man das mal verstanden hat, ist es ganz, ganz attraktiv. Okay. Turm E1, dieser Läufer hier, der ist im Moment noch am Ruhen und hat noch nicht das tolle Feld. Ich glaube, der stünde auf D5 gar nicht so schlecht. Also C4 nervt vielleicht. Aber ich spiele ihn erstmal nach A6. Auf A2 nehmen will ich, glaube ich, nicht, wegen B3. B3 kommt trotzdem schon. Und ich spiele B5. Diese Eröffnung erhebelt hier so typische Gesetze aus, die man kennt aus dem Schach. Also B5, was machst du denn? Das ist ja die totale Schwächung. Ja, nicht wirklich, weil also diese weißen Felder sind relativ wichtig und wir drücken vielleicht irgendwann nochmal C5. Springer E4 droht in Anführungsstrichen den Läufer zu nehmen. Könnten wir auch mit dem Bauern zurücknehmen. Bauer Struktur repariert. Wir spielen vielleicht E5. Habe ich jetzt also den Springer hier. Ups, den kann ich einfach rausnehmen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm für weiß jetzt hier, weil wir gerade einfach eine Figur gewonnen haben. Aber ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich würde einfach jetzt daraus ein Theorie-Video machen, wie wir, also anhand eines praktischen Beispiels, jetzt kann man hier das auch noch ein bisschen weiter ausführen, aber grundsätzlich einfach mal zu dieser Springer F6-Variante. Ein bisschen detaillierter anhand der Kommentare unter dem letzten Video weiß ich, dass viele einfach Karakan spielen wollen und auch diese Variante hier, die braucht einfach ein bisschen Erfahrung. Deswegen kommt jetzt ein bisschen Theorie. Liked auf jeden Fall und abonniert den Kanal. Damit würde ich mir viel mehr helfen, als ihr glaubt. Und denkt daran, es gibt Gruppentrainings, die ich anbiete für alle Leute, die hier zuschauen. Und unten ist ein Video verlinkt mit Informationen und der E-Mail-Adresse. Könnt ihr auch einfach an akademieschachmatt.gmail.com schreiben. Und ja, ist relativ günstig und gibt es jede Woche mit Aufzeichnungen und Hausaufgaben und ist einfach eine coole Sache. Man hat Trainingspartner rund um Sorglos-Paket. Okay, also Springer schlägt F6. E-Schlägt F6 hier, wenn euch Leute erzählen, spielt G-Schlägt F6, dann kann man aktiv spielen. Ist out, ist ziemlich out. Die Stellung ist besser für Weiß. Man nimmt mit dem E-Bauern. Ist aber ehrlich gesagt auch nichts. Also wenn ihr jetzt sozusagen Anfänger seid, dann lasst euch davon nicht verunsichern. Und wenn ihr jetzt schon Repertoire habt, lohnt es sich häufig auch nicht, viel Energie reinzustecken, noch was zu ändern, weil Eröffnung wirklich nur Sprungbrett in eine spielbare Stellung. Aber E-Schlägt F6 auf jeden Fall der bessere Zug. Und hier sage ich jetzt einfach mal so, okay, wir nehmen jetzt mal die Leachers-Datenbank. Und ja, okay, in der Leachers-Datenbank ist der häufigste Zug mit 46%. Nächster Zug C3 nur 23%. Also über die, also die Hälfte aller Leute. Ne, die Hälfte. Also, sorry, Springer F3 ist doppelt so häufig wie C3 und der häufigste Zug. Also das hier, das ist ungenau. Ausgleich, diese Stellung ist direkt ausgeglichen. Läufer D6 spielen wir sowieso immer. Aber grundsätzlich, egal ob jetzt Läufer E2 oder D3 kommt, stellen wir irgendwann den hier nach G4 oder nach E5, also raus aus der Bauernkette, die hier nicht mehr existiert. Aber also schön aktiv raus. Zum Beispiel auf E2 ist er an sich schon passiv. Ich glaube, da sieht man recht schnell, dass er keine Gefahr wird. Die Stellung hier ist einfach gut. Wir könnten den Springer rein theoretisch auch mal als F5 spielen und den Springer hier nach E4 stellen. Aber typischer Plan ist trotzdem Springer D8, D7, Springer F8, Springer G6. Weitere Pläne, Läufer G4 natürlich, Läufer C7 und wichtig, Läufer C7, Dame D6, Batterie bauen Richtung König. Wir können auch mal mit den Bauern sehr aktiv laufen. Das gibt es hier auch. Also deswegen gehe ich jetzt noch mal so tief drauf ein. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Erklärung, dass man diese Stellung gut versteht. Springer F3 ist nicht gut. Aber der häufigste Zug. Wir können ja vielleicht noch mal, weil es so häufig ist, drauf eingehen. Also wenn hier Läufer E3 kommt, Läufer D3, Rochade, Rochade zum Beispiel, also dann macht der Zugläufer G4, sieht dann noch schöner aus. Also fesselt hier den Springer. Auf H3 würde ich den übrigens nicht nehmen, sondern nach H5 gehen. Und jetzt, wenn man sozusagen fragt, was macht man auf G4? Läufer G6. Und wenn jetzt zum Beispiel geschlagen wird, dann nimmt man Vorsicht mit dem H-Bauern. Bauernquadrat, aber Gutes. Schwarz steht ein bisschen besser. Also sieht lustig aus, ich gebe es zu. Aber es ist sehr solide und man kann beide Bauern irgendwann mal vorspielen. Wahrscheinlich eher den G-Bauern. Schwache, schwarze Felder. Und wenn man beide G-Bauern eins vorstellt, hat man die anderen Schwächen wieder gedeckt. Okay. Hier in der Stellung kam jetzt C3, jetzt für die stärkeren Spieler, so 2000 plus. Leechers wahrscheinlich der kritische Test. Hier in dieser Stellung, Läufer D6 spielen wir sowieso immer. Das ist einfach das Feld für den Läufer. Läufer D3, Hauptvariante. Kurze Rochade, Hauptvariante. Und damit C2. Das ist sozusagen diese Läufer D3 plus damit C2 Variante. Es können auch die Spieler abweichen. Und jetzt hier, dann wieder Sprenger F3 spielen, sind wir wieder genau im selben Zeugs. Hier ist das Schach sogar sehr genau, weil zum Beispiel, ja so Läufer E3, der gehört manchen Varianten auch nach F4, zum Beispiel Sprenger E2 nach F4 und steht aktuell in der Fesslung drin. Und jetzt könnte man auch einfach Läufer G4 spielen, aber Läufer F4 macht auch sehr viel Sinn. Das ist eine coole Sache, aber wir können auch einfach Läufer G4 spielen und haben gar keine Probleme. Also kritischer Test auch für die Leute, die es mit Weiß spielen. Läufer D3 plus C3 und jetzt in dieser Stellung hier, dann Springer, also entweder Springer E2 direkt oder da mit C2 und dann über Zukunftstellung danach Springer E2. Und ja, hier ist die Hauptvariante Turm E8. Ich habe H5 gespielt, sorry, habe ich auch gesagt, dass es ein seltener Zug ist. Aber Turm E8 könnt ihr hier auch spielen. Springer, der will sowieso nach E2 und dann eben wieder H5 oder H6 spielen. Ich finde H5 einfach ein bisschen aktiver. Haben wir jetzt per Zugumstellung gereicht. Ich habe erstmal H5 gespielt, Springer E2 und dann Turm E8. Das ist dasselbe. Und hier, also gibt es noch super viel Theorie. zum Beispiel gespielt mit Schwarz von Carlsen, Vachiela Graf, Atemjev, Tjong, also vielen starken Spielern. Hier haben wir eine Partie Duda gegen Carlsen. Da hat Duda jetzt mit Läufer E3 gespielt, aber Stockfisch sieht beides als gleich stark an, also Rochade oder Läufer E3. Hier in dieser Stellung wäre der Hauptzug übrigens, ja, bisschen komisch, aber genau wie vorhin auch schon gesagt hier, der Baustein auf H4 gar nicht schlecht, ist Hauptvariante der Zug H4. Ja, nimmt den Springer das Feld G3 und das ist lustig, oder? Der steht da einfach so rum, aber ist ein wirklich guter Bauer, kann man so sagen und H3 ist auch eine Idee. Also, einige Stellung spielt man an H3. Ja, ich habe jetzt hier Springer D7 gespielt, ja, wurde auch von einigen Starken gespielt, zum Beispiel Demchenko, aber so, aktuelle Theorie auf jeden Fall H4, Springer D7, und Läufer F4 ist ein bisschen ungenau, weil dieser Tausch hier tut Schwarz gar nicht, gar nicht, also tut Schwarz gut und Springer F8 will ich sowieso spielen, darf Läufer schlägt, Dame schlägt, dann habe ich einfach eine sehr aktive Dame, der Haarbauer und hier habe ich jetzt schon lieber Schwarz. Ja, die Stellung ist ausgeglichen, aber grundsätzlich hier, also nach Springer D3 hätte ich lieber Weiß, aber ich meine, Schwarz hat einfach, wir sind hier in einer absoluten, kritischen Variante gegen Karokan und deswegen ist logisch, dass Weiß wahrscheinlich im elften Zug noch Vorteil hat. Hier, zum Beispiel, Demchenko hat jetzt hier Dame A5 gespielt, das ist ein ganz witziger Zug, deckt nämlich den Bauern von ganz weit weg und ja, die Dame steht hier auch ganz gut, die Engine findet es nicht so cool nach Läufer D2, wahrscheinlich mal mit dem Plan C4, deswegen würde ich euch hier raten, dieser Stellung direkt, also entweder mit C5 aufzubrechen oder auch Läufer schlägt G3 zu spielen. Läufer paar geben, sieht komisch aus, H schlägt G3, aber dann hat man mit Springer B6, zum Beispiel hier, Springer D5 schaut auch auf C4, also in Verbindung mit Läufer E6, auch gar ganz interessante Stellungen, Weiß finde ich steht besser, aber man muss halt einfach dazu sagen, es ist eine schwarze Eröffnung und ja, in irgendeinem Punkt spielen eure Gegner vielleicht nicht mehr wie die Engine. Läufer E4, ja, Springer F8, führt zu einer ausgeglichenen Stellung, H3, H4, bester Zug, Turm E1, und hier haben wir immer noch eine Partie, wo zwei Sechser mit Schwarz gespielt hat und jetzt Läufer D7 gespielt hat, ähm, Läufer D7 kam, Dame D2, Springer E6, also der gehört hier auch hin, der fühlt sich auch gar nicht unwohl, Dame E3 und Springer C5, und ja, Schwarz hat die Partie gewonnen, Dame F4, und in so einer Stellung gerate ich euch also hier, ähm, zum Beispiel das hier, das kam so in der Partie, ähm, Springer steckt D3, das ist nicht so schlimm, also, weil ich ja gerade gesagt habe, das Bauernendspiel, das ist schlecht, ist auch so, also hier, D3 gleichen sich mit, äh, den Vieren hier aus, und am anderen Flügel kann Weiß dann Freibauern bilden, aber, ähm, ja, mit Figuren am Brett kann man das eigentlich in der Regel immer kompensieren und hier, also Läufer E6 hat dann, ähm, hat dann, äh, Schwarz sogar die besseren Chancen gehabt, das kam A3, B3 wäre übrigens besser, also A3 ist komisch, weil Weiß hat 2,4, aber das ist so, man sagt, gegen so einen Zug, der diesen angreift, spielt man B3, damit der Läufer also eingeschränkt wird, ähm, ja, A3 hinterlässt ein paar Löcher, und dann König F8, schnell König aktiviert, sowas hat man häufig, man kommt hier schnell ins Spiel, ist ganz interessant, ich mag die Variante eigentlich mit Schwarz ziemlich, hier steht Schwarz auch schon mit 0,6 Bauern, deutlich besser, ähm, nach Springer C1, der in der Partie kam, fast ein glatter Bauer Vorteil, ähm, finde ich, finde ich instruktiv, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ähm, Asaria gegen Wenyang, okay, ähm, hier in der Partie kam Turm, A1, Läufer E6, und B3, und, 5, typischer Zug ist auch A5, man kann das auch kombinieren, und Springer F4 stellt natürlich die Figur ein, aber nach Dame D2 zum Beispiel, wäre die Stellung ausgeglichen, ich glaube, ich hätte hier, also Engine sagt Turm AD8, ich glaube, ich hätte hier jetzt A5 gespielt, ist auch okay, und dann haben wir hier relativ, äh, guten Druck, das Feld D5 ist ganz okay, weil, also auf C4 kann er mal tauschen, und wenn der C4 tauschen, tauschen, dann kann man wieder mehr Felder nutzen, kann auch zuerst A4 spielen, einmal tauschen, dann eine Figur nach D5 stellen, dann kommt C4, wir tauschen nochmal, ähm, und haben dann sozusagen A und B Linie geöffnet, können drauf spielen, vielleicht auch schon davor drauf platzieren, also Turm B8 laufen, gibt's auch Pläne, und hier, den Bauern nicht zu viele Sorgen machen, ähm, der steht hier gar nicht so schlecht, und, und hält ganz gut die weiße Stellung auf. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ich hoffe, ihr habt viel gelernt, und ich hoffe auch, ihr liked deshalb, und abonniert den Kanal, und schaut euch einfach mal das Gruppentraining an, sehr coole Möglichkeit, wer Bock hat, äh, schnell stärker zu werden, ähm, ja, ist mein, äh, mein ganzer Stolz im Prinzip, diese sechs Gruppen, die ich da hab, und, und macht mir auch riesen Spaß. Macht's gut, und ciao.